Ja, ja Käse, vor allem E-damer. Endlich wieder Power. Also bisschen den Bauch habe ich auch. Und Käse mag ich über alles. Aber nur den Käse, den man essen kann. Und den Käse, was ich manchmal in die Kommentare ließ. Jetzt muss ich mir normal was an Käse nehmen. Ich mag ja Käse so sehr. Versteck doch deinen Rollstuhl. Knackwurst, Kackwurst. Scheiß Video. Höchstlich. E-damer. Nur so beim Film, ne? Du, du. Oh, yeah.